Hallo, hier sind wir wieder, die Jungs von PB Play. Ich bin der Brennan und... Und ich bin der Dale. Genau, der Dale ist heute mit dabei, endlich bei Minecraft Together. Und ich versuche jetzt mal, auch wenn es gerade dunkel wird, das Wüstendorf siehst du, ne? Ist das Wüstendorf? Das kann sein. Das Villager-Dorf, ja. Da bin ich aber jetzt gerade dann auch. Ja, ist gut, ich komme nicht holen. Aber ich will ins Dorf, falls es jetzt dunkel ist und die Zombies kommen, dann kann ich mich da verstecken. Ja, ist gerade blöd, weil es ja gerade halt dunkel wird. Oh, was ist das denn jetzt? Das sind Säulen. Das sind keine Säulen, das ist ein Wüstentempel. Achso. Da sind schon ein paar Sachen abgebaut. Der ist schon geplündert, als ich auf den Server angefangen habe, war der schon leer. Ja, das habe ich gesehen. Och du Scheiße, da sind vier, warte mal, da muss ich einen kurzen Umweg gehen. Ich sehe das Dorf aber schon. Äh, nur für den Fall, das ist auf schwer hier, ne? Also. Ja, das habe ich schon verstanden. Nicht, dass du hier... Also du stirbst natürlich nicht endgültig, ist klar, aber... Die sind halt härter als sonst, die Gegner. So, da ist nochmal eine Creeper-Armee. Da will ich nicht sagen. Ich komme jetzt... Äh, ja, ich gucke einfach mal. Oh, Scheiße, das ist ein Schlendermann. Ich sitze da ein Zombie unten drin in dem Dorf. Ne, das ist eine Frau. Komm her, Schlendermann, komm her! Ich brauche die Schlenderperle. Komm jetzt! Ich will da nicht runter, das sind Skelette. Du brauchst eine Schlenderperle. Warum sind die Türen zugebaut mit Stein? Das weiß ich nicht. Ich muss den Schlendermann töten. Bevor der mich töte. Der hat mich nämlich... Ich habe den jetzt angeguckt. Das sind Kartoffeln, Scheiße. Ich dachte, das wären... Brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Ich habe dich gesehen, ich habe dich gesehen. Ich komme. Yeah, ich bin gekillt, Junge. So, jetzt muss ich schnell was essen. Oh, das ist ein Skelette, Scheiße, Scheiße. Ach, Quatsch. Kartoffeln kann ich so nicht essen, ne? Scheiße. Oh, hier ist ein 1000 Skelette. Ja, ich weiß das. Spinde, Spinde, Skilde, nein! Komm hier hoch, komm hier hoch. Bist du da? Einfach laufen. Warum haben die alle keinen Enderperlen, die scheiß Schlendermänner? Scheiße, da ist ein Creeper. Oh, oh, ja, hier musst du aufpassen. Hier ist eine große Truppe. Einfach in die Richtung weiter rennen. Ähm, ja, wir müssen hier auf das Grüne. Warte, komm mal hier hinter mir her. Ich sehe dich nicht, ich bin weggelaufen von dir. Dann komm wieder zurück. Ja, ich sehe dich. Ich komme da. Wo bist du? Hier. Ach, da. Ja, ja, hier weiter, hier weiter, hier weiter. Das ist eine Spinne. Auf das Grüne drauf? Ja. Ja. Okay. Hinter die Kakteen hier. Da müsste, genau, da leuchtet unser Turm schon. Oh, hier, da kommt, oh, da sind noch mehr Zombies, oder wie sie da sind, alles. Zu dem Turm da, den du siehst, da musst du hin. Ja, ich glaube, jetzt mal so Richtung Haus da vorne. Ne, da ist schon ein Umweg. Ja, aber da stellen keine Monster. So, ich bin hinter dir. Hier sind Creeper, pass auf. Na, hab ich gesehen. Oh, scheiß Skelett. Pffs. Hier ist, der Eingang ist hier vorne, genau. Einfach hinlaufen. Ach, ich kann nicht mehr sprinten, ich hab Hunger. Okay, ich bin drin. Okay, und oben sind Betten. Ach, da sind Knöpfe. Ich hab elf Kartoffeln mitgebracht. Da muss... Komm nicht nach. Ja, genau. Geil, ein Bett für mich. Klar. Und wenn wir halt alle pennen, dann ist halt auch die Nacht weg. Ja, klar, das weiß ich. Kann ich erstmal die Kartoffeln backen, ne? Kannst du hier irgendwo reinschmeißen, hier sind noch gebackene Kartoffeln irgendwo. Ach, da ist gar kein Kohlenscheiß drin hier. Ne, ganz oben nicht. Aber ich drück jetzt die ganze Zeit Tab anstatt. Was ist das denn, giftige Kartoffeln? Ja, ich hab mich verwahrt. Das hab ich ja nie gesehen. Weil noch Platz noch. Zeug, Zeug für mich. Ja, kannst du hier bauen. Eisen und so, genau, da ist Eisen. Ansonsten Steine, es sind aber nicht so viele da. Und Essen ist rechts. Steine? Steine hab ich gar nicht gesehen. Steine sind hier gegenüber. Ach so, da ist noch mehr. Ah. Ist auch Holz da drin? Ja, da ist Holz. Ich hab mit. Und da ist Quatsch drin, okay. Und Futter kannst du ja auch rausnehmen, ne? Ja, stimmt. Soll ich auch mitnehmen von? Da hast du recht. Also, hier ganz unten in der Reihe, da ist halt so Steaks und Schweinefleisch und gebackene Kartoffeln. Ja, das kannst du am besten sein, denke ich. Ja, aber ich muss ja nicht alle davon mitnehmen. Ne, eben. Ach, erstmal Werkzeug bauen hier. Erstmal mit Futtern hier, damit die Herzen wiederkommen. Ach, da ist noch ein Skelett. Den töte ich mal. So, und jetzt, wo wir den Dahlia hier sicher bei uns reingebracht haben. Ah, Typen. Oh, da ist noch einer. Den Typen auch. Der hat eine Rüstung an. Und dann führen wir den Dahlia mal ein bisschen rum. So, ja, das Eiseln lass ich aber hier, ne? Das vergift da weg. Ja, da kannst du wieder in die Kiste packen. Äh. Da. Noch so blöde Knochen. Zack. Ist Friendly Fire aus, oder? Nein. Nicht eine gibt, bist du tot. Nein, dann, nee, tot bin ich ja nicht. Ja, nee, dann krieg ich das aber nicht. So, dann komm mal mit. Also, oben ist halt nix, ne? Da die Betten und dann ist oben noch so eine Aussichtsplattform. Ja. So, hier unten, das kennen die Zuschauer nämlich auch noch, hier ist unsere Felder. Einmal links ist Weizen, rechts ist Kartoffeln und Möhren. Können wir auch direkt ernten und wieder ansetzen. Ja. Und hier sind unsere kleine Farm. Wie hast du die Fische alle hier reingepischt? Die meisten hab ich einfach mit dem Futter hier reingeködert. Ja. Also bis hier vorne. Dann hab ich hier ein Loch in den Boden geschlagen und dann sind die runtergefallen und dann hab ich die bis hier hinten gezogen. Und einen, so ein Schaf musste ich halt mit einer Leine ziehen, weil der halt nicht mehr weiter wollte. Und hier geht's in eine Höhle. Komm mal mit. Ja. Also hier dürfte eigentlich nix spawnen. So, hier geht's einmal. Also es führt in den gleichen Raum mit den beiden Türen, das ist egal. Komm mal, zeig ich dir am besten das erstmal, genau. Komm mal hier mit. Hier musst du wohl langsam mal, hier ist eine Schlucht. Ja. Hier waren aber auch die anderen schon. Und hier ist auch schon ein bisschen geplündert und alles, ne? Da ist ein Creeper. Da ist ein Creeper, warte. Ah, der ist runtergefallen. Ne, der ist nicht runtergefallen. Ich hab sogar ein Schwert gebaut. Okay, der ist weg. So. Ja, der andere Weg führt dann auch wieder rein, ne? Ja. Hier kann man halt gut sich Sachen holen. Oder, genau. Oder hier. Kann ich da runterspringen? Ja, links kannst du da runterspringen, ja genau. Okay, okay. Ja, ich bin ja wohl hinterher. Guck dir das mal an. Das ist, wenn du hier ein Schildchen machst. Ja, dann hab ich mit dem Schild, ne? Und da drüber das Wasser, dann kannst du das runter. Das hab ich von dem Jul gelernt. Ja, ah, das hab ich im Video gesehen. Was ist das denn da drohte? Das ist, äh, ein Grundstein. Den kannst du nicht kaputt machen. Der unterste Stein von Minecraft. Ja, und der ist hier schon? Ja, also hier fängt der an. Da drunter ist noch mehr. Irgendwann bist du dann an einer Ebene, wo nur noch davon ist. Ja, wo nur noch davon ist. So. Das ist aber schon tief, aber, ne? Hier ist extra so tief, damit wir hier Diamanten finden. Und immer rechts die Fackeln, ne? Da man immer links hat zum Zurückgehen, okay. Also hier ist halt, hier hab ich halt so einen mega langen Tunnel gebaut. Oh, da ist ein Zombie. Ähm. Um halt Diamanten hier zu holen. So, und hier geht's dann hoch. In so eine Höhle, wo ich halt ursprünglich mal Diamanten gefunden hab. Und hier bin ich grad beim, am, am Bearbeiten quasi noch. Oh, hier ist ein Creeper, hier ist ein Creeper. Sprengen da mal, ja, sprengen ruhig die Ecke weg, da ist doch scheißegal. Ja, dann nicht. Also hier kommen noch ein paar Gegner, hier ist das noch nicht ganz safe. Hier war ich aber auch noch nicht so lang. Aber hier hab ich halt Diamanten gefunden. Das ist halt, wenn du F3 drückst. F3? Dann hast du ja dieses ganze, diesen ganzen Bildschirm da an. Ja. Und links steht ja die X, Y und Z-Koordinate. Ja. Und wenn Y 11, 12, 13, 14 ist, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit für Diamanten am höchsten. Oder da kommen halt nur Diamanten, das weiß ich nicht genau. Okay. Der hat ein Ei. Ne? Hier unten weiß ich auch nicht, ob das überall so genau ist mit dem Fackeln. Nur rechts. Ah, ich seh grad, ich seh grad, das ist auch nicht alles von mir gebaut. Ja, die haben irgendwie alle Eier hier. Also hier ist, das ist schon der klassische Juhl-Stil, wenn die Boden, äh, Fackeln auf dem Boden sind. Also wahrscheinlich kommst du hier irgendwo beim, beim Juhl aus oder so. Oder beim Weber, was weiß ich. Bei einem von denen auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall scheiße, wenn die hier in meiner Höhle sind. Oh, egal. Gut. Das heißt aber nichts, wenn die Fackeln auf dem Boden stehen. Ne, das ist einfach, keine Ahnung. Der macht halt einfach so. Wir könnten die ja alle weg machen, ne? Dann ist ja das dunkel hier. Dann spawnt hier alle so ein Monster wieder. Das erklärt auch, warum hier vielleicht so viele Monster sind. Weil hier, weil die hier auch jetzt drin sind. In der Höhle. So, geh ich mal wieder zurück. Kommst du mit? Hast du einen Wicker? Ja, ich bin dabei. Hinter dir. Hoch dauert natürlich eine Weile. Vergesst du, mein Schwert zu bauen. Muss ich noch machen. Hast du ein Diamantenschwert? Nein. Ich hab ein Eisenschwert. Ja. Wir haben zwar Diamanten, aber so viele haben wir noch nicht. Da wollte ich dafür nicht für ein Schwert opfern. Ja. Ich hab da erstmal eine Hacke gebaut. Die ist oben in der Kiste. Hm. Ich hab so eine Eisenhacke gebaut, dass ich alles abbauen kann. Ja, klar. Und sonst hab ich alles was Stein gebaut. Ich nutz auch sonst immer noch die Steinhacken und so. Hier die Eier kannst du dann in dem Hühnerstall zerwerfen. Dass da vielleicht ein Huhn spawnt. Ja. Das war hier, ne? Ja, genau. Und hier links ist eine Kiste. Da ist zum Beispiel jetzt die Diamanthacke drin. Und ein paar Schilder und halt dieses Ding für die Felder. Diese, weißt du? Nennen wir das Sense und sowas. Dann sollte ich, ich schmeiß die Eier da rein. Da sind halt auch welche drin, aber ich hab jetzt keine Lust immer, die alle leer zu machen. Ich geh mal gerade hier das Weizen abarbeiten. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann kommen die alle raus, ne? Könnte passieren, ja. Warte, dann. Ich hab jetzt einen Block davor hin, ne? Kannst du machen, aber die kommen nicht direkt alle raus. Wenn du natürlich, wenn du natürlich, äh, Weizenkörner in der Hand hältst, dann kommen die natürlich alle hier hin. Warte, ach. Weil die da gierig ist. Ach so, weil die Decke nicht hoch genug ist. Ne, die ist überall extra nur zwei hoch. Hab ich extra so gemacht. Ja, das nicht spawnen, ne? Ja. Ich hätte sonst die Eier geholt, aber so hab ich keinen Bock mehr. Lass mal. Ja, kannst du liegen, das ist egal. Das ist halt hier, bei den Feldern ist das halt blöd. Das muss nochmal überarbeitet werden. Weil hier das Zuckerrohr, das, das wächst halt nur eins hoch, ne? Das stimmt. Hab ich nicht dran gedacht, aber, äh, naja, ist halt so. Ja, wenn du da drei hoch machst, dann... Das Gute ist wohl, das Gute ist wohl auch, du kannst halt, dadurch, dass du nicht springen kannst, kannst du halt die Felder nicht kaputt machen. Dann brauchst du die Sense eigentlich gar nicht mehr. Weil da, wenn du, die gehen ja immer kaputt, wenn du da drauf springst. Das stimmt, ja. Hab ja noch ein Ei. Und es spawnen halt. Zumindest kein Schlendermann, ne? Bei den anderen eigentlich auch nicht, weil hier sind relativ viele Fakten. Und ich war da ziemlich großzügig. Mit Absicht aber auch. So, die Möhren hab ich auch geerntet schon. Ich hab auch noch ein Ei gesehen hier. Och, jetzt hab ich das Huhn fast getötet. Was? Ich hab das Ei genau aufs Huhn geschmissen. Achso, ja. Passiert schon mal. Kann man Kartoffeln so essen? Tatsache. Das konnte ich eben nicht. Ja, weil wenn du satt bist, kannst du das nicht. Deswegen, bevor ich das Feld bestelle, esse ich ja meistens immer, bis ich satt bin. Weil dann kann ich die Taste gedrückt halten. Ist halt einfacher. Geht schneller. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, Kartoffeln kann man nur backen, aber anscheinend kann man die jetzt auch so essen. Hm. Cool. Aber man will auch schnell hungrig, ne? Das sehe ich gerade. So, du hast Karotten, ne? Ja. Dann kannst du ja mal die Schweine füttern. Damit die sich vermehren. Ich muss von denen füttern. Ja, damit die sich vermehren. Die mache ich da. Die Schweine angucken und Karotte geben. Und rechtsklick, genau. Oh, ich gehe mal hier zu den Hühnern. Oh, ne, wilde. Wilde Sauerei hier, ne? Oh, hier ist ein Babyschwein. Yeah. Zwei Babyschweine. Also mit den Kühen auch? Habe ich schon, habe ich schon. Die Kühe fressen Weizen. Und die Schafe? Die Schafe auch. Okay. Und die Hühner fressen hier diese Rohkörner. Die Samen quasi von dem Weizen. Ne, Babys. Zack. Wie lange dauert das, bis sie wieder schnackseln können? Weiß ich nicht. Das dauert auf jeden Fall eine Weile. Ich mache das meistens... Ah, hier. Da siehst du, das Schaf zum Beispiel, das habe ich geschoren. Das wächst halt nicht neu, weil hier kein Gras ist. Ja. Auf der Erde. Was ist denn hier drüber? Äh, da ist Stein und dann zwei Schichten Erde, glaube ich. Und dann ist da nichts mehr? Dann ist da freies Land. Weil wenn du da kurz die Sonne drauf scheinst... Habe ich versucht, hat nicht funktioniert. Ich habe das hier aufgerissen komplett. Hat aber nicht geklappt. Habe ich auch gedacht, aber das ging nicht. Eigentlich ist das ja so, ne? Eigentlich ist das so, ich weiß es. Das hat aber nicht... Ich weiß nicht, warum das nicht geklappt hat. Keine Ahnung. Die Sonne ist schon wieder unter, verdammt. Ja, wird schon wieder dunkler. Schnell hier, ne? Ich wollte mal nach oben dann gucken gehen. Komm, ganz oben? Ja. Kannst du mal gucken, da ist eigentlich nichts. Ich backe nochmal ein paar Kartoffeln. Okay. Ich komm, ganz oben. Tschüss. Jungs. Vielen Dank.